Die Stürmer aus Die Personaldecke beim krisengeschüttelten Wiesemeister Schalke 04 wird immer dünner, wie der Bundesligist mitteilte, erlitt Angreifer Guido Burgstaller im Derby am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund 1 zu 2, eine strukturelle Verletzung am Übergang von Wadenmuskel- und Achillessehne. Zudem wurde eine Sehnenplatte in Mitleidenschaft gezogen. Der 29 Jahre alte Angreifer werde für den Rest der Hinrunde ausfallen und drohe auch den Rückrundenstart am 20. Januar 2019 gegen den VfL Wolfsburg zu verpassen, betonten die Königsblauen. Anzeige, jetzt die Trikots von Schalke 04 oder Borussia Dortmund sicher. Hier geht es zum Schopp. Auch Uth und Mbolo fallen verletzt aus. Der ehemalige Nürnberger musste wegen der Verletzung, die er sich bei einer Grätsche zugezogen hatte, gegen den BVB bereits nach 37 Minuten ausgewechselt werden. In Nationalstürmer Markut Muskelverletzung und dem Schweizer Rekordeinkauf Breel Mbolo Fußbruch fehlen den Knappen, die nach dem 14. Spieltag nur drei Punkte von der Abstiegszone entfernt sind, bereits seit längerem zwei gestandene Angreifer von Sportinformationsdienst. Sprecher Rekordeinkauf Breel Mbolo Fußbruch